Ich hab' mich beworben, als Ärztin auf einem Cargo-Schiff. Dieser eine flog. Und das Geld reicht, um nach Reha zu kommen. Für alle nochmal die Schichtreihenfolge. Dauer jeweils 8,5 Monate. Ich übernehme die erste. An Lindbergh, Yoshida, Vespucci, Bokov, Bortmann. Ich will nach Reha. Und dich und die Kinder endlich wiedersehen. Da unten ist was? In der Frachtschleuse. Das Schott stand während ihrer Schicht mehrere Male offen. Sie wissen, dass das Betreten des Frachtraumstreng verboten ist. Was wissen Sie über Station 42? Eine ungemeinte Station. Wird offiziell zum Transporten des Knoten rausgeworden. Und ineffiziell. Der Frachtraum muss so schnell wie möglich wieder verschlossen werden. Lass uns schnell fertig machen. Wir durchsuchen das gesamte Schiff. Ich habe die Kälte Schlaflokfalls überprüft. Etwas stimmt da nicht. Lauer! Das kommt von unten. Ich dachte wir transportieren Baumaterial. Das ist unglaublich kalt hier. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Bis zum nächsten Mal2019.